Ja, dann geh in die Fabrik. Meine Maus hat sich verabschiedet gerade, danke schön. Nein! Boah! 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 Mein Herz! Warte, warte, warte. Feu-rio und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Crashlanding mit meinem Schatzi. Ich? Nein, natürlich nicht. Ich meinst, das ist für eine Frage. Du bist so doof, natürlich du. Achso, ich, hallo. Ja, hallo. Na, wie geht's dir heute so? Was macht das Mittagessen? Ach nein, der scheiß Blaze Rods. Ich will nicht. Komm drauf, komm drauf. Ich regeneriere so langsam essen. Warum eigentlich? Regenere doch mal schneller die HP. Doof, komm. Lala. Oh, hallo. Slow Blaze Rods. Kommt. Mietz, 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 mietz. Oh nein, es wird ernsthaft Nacht, oder? Und ich hab kein Bett. Oh nein. Ernsthaft. Da ist so ein Turm. Da ist so ein Turm. Es wird Nacht. Ich will die Nacht nicht hier in der Stadt verbringen. Aber ich hab gar keine Wahl. Viel Spaß. Ja, danke. Können wir eigentlich mal irgendwie, können wir irgendwie Heiltränke bauen oder so? Wäre toll. Du Arzt, es ist nicht gleich, wie die ganze Stadt von Mops wimmeln. Lass dich von nichts abschießen. Ha, 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 ha. Das ist mein Ernst? Ja, ha. Und ich sag, ha, ha, ha. Was sagst du? Du sagst so, ha, ha, ha. Ist doch mein Ernst. Ja, ja, ha, ha. Was machst du denn dann? Ha, ha, ha. Hast du es nicht verstanden? Doch. Ja, nee, anscheinend nicht. Das ist ein scheiß Spawner. Das ist ein Blaise Rods. 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 Und ich brauche nichts. Mal muss ich mir Pfeil und Bogen mitnehmen. Das wäre schon schlau gewesen. Ich hab immer Pfeil und Bogen dabei. Du. Du bist auch schlau und ich bin ich. Ja, ich weiß. Oh, danke, mein Schatz. Wie bitte. Was ist das denn hier? Ach, hier ist konkret. Oh, hier, da kann man ganz schnell drauf rennen. Hui, 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 hui. Oh, kannst du mitnehmen. Nein. Warum nicht? Was willst du denn damit? Ja, weiß ich nicht. Drauf rennen. Wohin? Die Frage ist immer, wohin? Ist doch egal. Oh, ich fühl mich. Boah. Jetzt hat es ein bisschen leichter geworden, hab ich das Gefühl. Oh, mein. Ein bisschen bringe ich was mit. Kannst du dir eine Autobahn bauen? Oh. Da sind so viele Monster auf mich. Ich will nicht mehr. Vor allem will ich da unten rein, aber ich hab Angst, dass ich... Okay, ich geh jetzt rein. Wow, wie viele sind denn da drin? Oh, Kacke. Das überlebe ich nicht. Das überlebe ich nicht. Das überlebe ich nicht. Das sind viel zu viele. Warum sind da eine Milliarde drin? Warum? Aber das gibt's nicht. Ich hätte doch das Jetpack anziehen sollen. Mein Schatz, gehst du mir dann hängen, leider? Ich will gerne ein Zeug holen. Nein, nein. Doch, ich bau dir auch neu, wenn ich kaputt mache. Nein, du wohnen hier sehen nur. Nein, ich bin doch ganz vorsichtig, Schatzi. Nein, nein. Sonst muss ich noch einen zweiten bauen. Aber da muss ich noch einbauen. Nein, das will ich nicht. Nein, das ist meiner. Aber Schatz, ich hab dich doch auch lieb. Bitte. Nein, du findest mich nicht. Schatzi. Nein, das ist meiner. Bitte. Nein. Aber ich muss mein Zeug wiederholen. Bitte. Das ist meiner. Ich hab bitte gesagt. Was, wenn ich ihn brauch? Dann kriegst du ihn wieder. Ich brauch ihn jetzt. Nein, das ist gelügt. So ein Kack. Nein, ich sterbe nicht jedes Mal, wenn ich in die Stadt gehe. Das streite ich ab. Schatzi, bitte. Komm schnell. Gib mir schnell. Das ist meiner. Warum schnell? Ich hab nicht so viel Zeit, weil mein Wasser und Essen abläuft. Gib schnell. Ich muss zurück. Bitte. Und lass uns eben schnell essen gehen. Äh, trinken, schlafen. Gib mir bitte. Bitte, Schatzi. Du verzögerst nur, dass ich verrecke. Danke. Tschüss, mein Schatz. Komm mit, ihr. Komm mit, ihr. Schlafen gehen. Komm, schnell schlafen gehen. Komm, schnell schlafen gehen. Schnell, 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 schnell. Nee, du bringst mein Schatz. Da ist ein Anna im Keller. Hallo? Oh nein. Na super. Komm, wir schlafen. Der ist bestimmt. Hinter dir. Ha, 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 ha. Danke. Du hast den. Auf. Ich dachte, der wäre tot. Ich auch. Er hat auch was falsch. Ich habe zwar nicht so viel zu trinken, aber bis in die Stadt sollte es dann doch reichen. Dachte er, wir merken das nicht. Und sind dann so abgelenkt davon. Ich hab dich lieb. Nicht sterben. Gib auf dich acht. Bis später. Tschüss. Oh Mann. So ein Kackhoff und ich finde meinen Grabstein wieder. Wobei, es war in der Fabrik. Also, das werde ich schon finden. Nur blöd, wenn da jetzt die Viecher noch alle drin sind. Dann heule ich aber. Dann weine ich ganz laut. Über den Wolken mit Miris Hang Glider ist es wunderschön. Das ist aber auch so viele Nachspawn, ey. Mist. Ich meine, die Spawnrate ist generell niedriger, aber Spawn... Die hör nicht auf zu spawnen. Mein Grabstein ist vor allem mitten in dem Raum mit dem scheiß Spawner. Das muss ich mal überlegen, wie ich da jetzt drankomme. War das die Fabrik da? Man hat irgendwie keine Death Points, was ein bisschen schade ist. Aber das könnte die da sein. Guck mal, ist da ein Loch im Dach? Es ist kein Loch im Dach. So kack. Das ist die falsche Fabrik. Wo ist die andere? Ist da drüben ein Loch im Dach? So ein Loch im Dach? Nein. Och Mensch, jetzt geht das. Welche Fabrik hatte denn hier ein Loch im Dach? Hier hat es so viele Fabrikgebäude und... Keiner hat ein Loch im Dach. Keiner hat ein Loch im Dach. Bist du in der richtigen Stadt? Ja. Ich hoffe. Da ist ein Loch im Dach. Ich höre mein Zeug wieder. Jetzt muss ich nur stundenlang runtergeleiden. Und wie weit bist du mit deiner Butter? Fertig. Bloß Butter. Hurra. Ja, cool, oder? Ja. Butter. Los. Das ist so ätzend. Wenn man diesen Scheiß-Hängkleider nicht mehr auswählt, dass man abstürzt. Jetzt erst mal mein Zeug wiederholen. Frage ist, gehen wir dann zurück? Oder bleibe ich noch ein bisschen? Ist ja schön hier in der Stadt. Ich habe ja noch das ganze Zeug. Und ich glaube, der pneumatische Helm, den ich habe, der bringt gar nichts, richtig? Irgendwie muss man ja wahrscheinlich erst noch upgraden. Ich habe ein Blaze-Head. Hurra! Sag Hurra, wir haben ein Blaze-Head. Hurra! Froschen, ganz süß. Und Transition. Hier gibt es Zeug. Hier gibt es gutes Zeug. Hurra! Freu dich einfach. Hurra! Danke. So, das ist alles weg. Mein Essen wieder einsammeln. Jetzt darf ich nicht sterben, weil dann ist wirklich alles weg. Und dann wird mir nämlich mit Sicherheit umbringen. Weil dann ihr Kleider weg wäre, mein Kleider, die Jetpacks. Also alles. Im Prinzip wäre dann einfach alles weg. Aber im Moment ist ja auch kein Mob da. Richtig? Halt. Ich gehe nicht nochmal runter, ohne dass ich einen Jetpack angelegt habe. Hört sich gut an. Weil das war nämlich doof von mir. Jetzt gucken wir einfach. Ist hier was? Hallo? Da ist eine. Yes. Links Maschine. Oh, da ist sogar Zeug für die Druckkammer. Sehr schön. Sehr schön. Druckkammerzeug. Aber hier könnte ein Spawner sein. Wird schon wieder Nacht. Können wir mal eben an den Himmel gucken. Kein Bock, dass es Nacht wird. Ja, ich glaube schon. Dann wird es rot. Ja, super. Hurra. Es wird rot. Komm gleich wieder. Noch mehr Zeug, Zeug, Zeug. Druckkammer. Hey, brauche ich noch Bauteil für die Druckkammer? Ohne Scheiß. Sag ich nicht. Aber, wenn ihr es mal mit. Sag niemals nie. So, ich habe für uns beide Spaghetti gekocht, wenn du nach Hause kommst. Oh, heute gibt es Abendessen Spaghetti. Ich mag aber gar nicht so gerne Spaghetti. Aber jetzt stell dich nicht so an. Ich habe Spaghetti gekocht. Ja, aber ich... Es hat stundenlang gedauert, dieses scheiß Zeug zu kochen. Aber ich mag es nicht. Jetzt komm her. Nein, ich muss doch die Stadt herkunden. Komm her und iss deine Spaghetti. Oh, ich habe Diamanten gefunden. Ich habe Diamanten gefunden. Hast du mehr Bricks gefunden? Nein, die haben keine Bricks hier. Die sind arm. Die Stadt hat irgendwie nichts. Außer Wolle in den Häusern. Warum auch immer da Wolle in den Häusern ist. Hallo? Ist da unten irgendwas? Hallo? Wolle. Noch mehr Wolle. Voll von der Wolle bin ich. Ahaha. Soll ich noch einen Tisch mitbringen, wo das Essen draufstellen kann? Schatz, ich bin zu Hause und ich habe einen Tisch mitbringen. Oh nein, hier sind ganz viele Monster am Ringen-Spot. Okay, ich gehe da mal wieder. Hier ist der Ausdruck. Ausdruck. Er meinte, ich soll zurück zu Miri? Ja. Ist es soweit? Sicher ist sicher, wa? Aber ich würde gerne noch irgendwas Gutes mitbringen von hier. Könnte ich mal nur Schrott mitbringen. Da war Farbe. Und Spawner für so ein Pigment. Ist einer gespawnt? Ist einer gespawnt? Nein. Da ist bestimmt noch ein Spawner. Oh ja, für Spinnen. Gut, auch weg. Bücher, Bücher. Wo ist die Spinne denn hergekommen? Und ist gestorben. Also ist mir egal. Man muss hier immer nur aufpassen, dass nicht auf einmal von hinten... Ich habe es gehört. Gelbe Farbe. Oh, einen goldenen Apfel. Yes. Der Tag ist gerettet. Schatz, ich bringe uns was zu essen mit goldenen Apfel. Ach nein, ich muss Spaghetti essen, richtig? Richtig. Und wenn ich die nicht mag? Dann hast du Pech gehört. Wieder halt. Wow, da ist ein Zombie-Pickment. Okay, lassen wir das. Fliegen wir zurück zu Miri. Ja, für heute soll es hier genug sein. Schatz, in welchen Richtung liegt nochmal unsere Stadt? Nein, halt. Weißt du, weswegen ich überhaupt... Ich bin aber, ich wollte doch in die Fabrik. Kacke. Ja, dann geh in die Fabrik. Meine Maus hat sich verabschiedet. Gerade, danke schön. Nein! Boah! 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 Ha! 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 Mein Herz! Warte, bei plus 200. 200, minus 200. Ich hab uns Mayo gemacht. Miri? Miri, in welcher Stadt ist das drin? Ja, genau. Plus 200, minus 200? Ja. Okay. Ich hab uns Mayo gemacht, falls du Lust auf Mayo zu deinem Spaghetti hast. Ja, ich hätte gerne Soße. Gehacktes Soße. Ja, ist super. Oh, scheiße, meine Energie ist gleich leer. Vor meinem Hangleiter. Na, ob ich damit bis nach Hause komme? Ich hab so eine Befürchtung, dass das... Aber ich hab ja noch einen zweiten. Ah, ich hab ja noch einen zweiten. Ah, ich hab ja noch einen zweiten. Juhu! Juhu! Okay, warte, dann ziehen wir jetzt erstmal das andere Jetpack an, dass ich auch nicht verdurste. Ja, cool. So, ey, Schatz, ich komm gleich nach Hause. Dauert noch ein paar Minuten, aber ich komme. Versprochen. Ja, ja. Versprochen, Schatz. Ja, ja. Wirklich zum Abendessen. Oh, da sind Blazes. Hallo. Blazerods. Wo sind eigentlich meine ganzen Hardcontainer hin? Vom Sterben musste ich die neu... Sind die weg? Die sind nicht weg, oder? Ich heule gleich, ganz laut. So. Warum sind da Blazesrots oder so ein Creeper? Aber da ist eine große Kiste. Die werde ich haben. Die werde ich haben. Aber nicht um alles Leben der Welt. Komm mal hier raus, hier. Doch nicht. Verpiss dich. Fliegen kann ich auch. Und nein, das bauen wieder ganz viele. Okay, lassen wir das. Wir fliegen nach Hause. Ich hab's verstanden. Ich komm doch mal wieder, wenn... Dann kannst du extra ganz lecker Zeug essen. Wenn's mir besser geht. Spaghetti Bollofese? Ja. Wirklich? Wehe, da ist keine Gehakteshose bei. Nee, leider kein Gehakteshoß. Dann esse ich nicht, nö. Ja, stell dich nicht so an. Was anderes gibt's nicht. Wir haben kein Fleisch. Warum nicht? Wir haben doch Kühe. Aber nur zwei. Und die pflanzen sich nicht fort. Nein, ich hab auch leider keine Samen gefunden. Tut mir leid. Samen? Für Kühe? Ja, also für Weizen. Für Weizen, weißt du. Bin wieder da. Komm, Hunger. Hallo? Guck mal, Schatz. Hier, hängen leider. Bitteschön. Brauchen nämlich keine zwei. Ich hab cooles Zeug gefunden. Wo soll ich denn das alles hinsortieren, mein Schatz? Ich hab einen Hoch-Oben-Controller. Ich hab einen Hoch-Oben-Controller doch gefunden. Das ist mir gar nicht aufgefallen. Oh yeah, da ist eine Quest fertig. Warte. Warte. Guck mal, unter Salwaage... Nein. Okay, fast. Da gibt's auch Bricks. Guck mal, wenn wir die Quest fertig haben, gibt's 64 Bricks. Ja. Brauchst du nicht? Ja, mach die Quest fertig. Nein, kann ich nicht. Los geht. Aber nicht. Los geht. Was fehlt denn wir dafür? Scorch ist duckt. Oh, soll ich uns leckeren Eiersalat machen? Nein, jetzt hab ich nicht das falsch gebaut, oder? Bitte, bitte, lass uns das richtig reden. Ja. Was ist Scorch? Das duckt. Warte mal. Ich glaube, das war alles außer einem Loch in der Mitte oder so. Nein, das ist der Controller. Dann vielleicht so. Okay, die Quest ist fertig und du hast deine 64 Dingsbums. Guck mal, guck mal, guck mal. Nein. Nein. Warum denn? Ich dachte, das ist überfällig. Ja, aber warum will der denn, dass ich einen Deep Tank Controller baue hier in diesem Modpack? Warum? Ernsthaft. Der will wirklich, dass ich einen Deep Tank Controller baue. Oh nein. Und da fehlen mir ein paar. Okay, das ist zu kotzen. Wo ist mein Abendessen? Schatz? Da? Oh yeah, Spaghetti, du auch? Ja. Direkt eine ganze Menge. Muss ich mal sagen, hast du gut gemacht. Das sind ja auch ein richtiges Essen. Da steht Miel dabei. Ja los, willst du nicht mit mir gleichzeitig essen? Oh ja. Ich will nicht so alleine zum Abendessen. Okay. Guten Hunger. Gleichfalls. Mh, war das lecker. Ja, war super. Ja, so. Und jetzt muss ich das mein ganzes Zeug, was ich gefunden habe, alles loswerden. Möchtest du diese Autobahnblöcke haben? Oh Mann. Was habe ich denn überhaupt alles? Squid Plants, Population. Na gut. Aber ihr Lieben, wir haben ja einiges Neues gefunden. Ich bin noch nicht sicher, ob ich das alles brauche. Ich hoffe, euch hat das Ganze gefallen. Oh, unsere Kiste ist doch nicht voll. Okay, ich hatte es nur nicht richtig reingenommen. Ähm. Was? Mir fehlen irgendwie meine Maschinen, die ich eingesetzt habe. Ich weiß gerade nicht so richtig, wo die sein können. Meine Laserverarbeitungseinheit und so und äh. Ja. Keine Ahnung, wo sie sind. Ich suche sie beim nächsten Mal. Aber ich würde jetzt mal sagen, das war es mit der heutigen Folge. Wir hoffen, euch hat das Ganze gefallen. Falls ihr alle hast, ein Däubchen nach oben da. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal zur nächsten Folge. Haut rein. Macht's gut. Und tschüss. Tschüss.